Genialer Tipp, wenn deine Katzen nachts an der Tür kratzen. Schnapp dir eine Rolle Alufolie und zieh sie in Größe deiner Tür aus. Schneid sie zurecht und bring das Ganze dann an deiner Tür an. Ungefähr in der Höhe, wo deine Katze kratzen würde. Mach das Plus weg und schreibt in die Kommentare, ob es bei euch geholfen hat.